Moiche meine Kopfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von das verbrannte Land meine Lieben wir sind wieder zurück in das heiße Land genau das richtig heiße Land die Kalli möchte mir irgendwas zeigen ich komme rein ich bin draußen na dann komm her nein oh nenn es Beutel es ist deins ich habe das Level hingeschrieben es ist deins es soll ich ist weiblich naja bei mir sind alle viel ja stimmt weiblich weiblich überlebt lange geil oder bist du denn jetzt wieder nice oder sehr nice ich wollte es dabei Mann oh ich finde eine Unterschlupf auch am Essen so genial müssen wir eigentlich rein aber eigentlich nicht ne müssen wir nicht können wir sieht uns glaube ich gut aus das zieht uns bisschen wasser ab echt nee bei mir nicht okay dann hatte ich einfach den Lust nee ich habe auch ein Kaktus hier jetzt glaube ich ein bisschen dritter ja ja ich weiß so lass mal gucken dann würde ich mal sagen weiter gucken aber kann das sein dass die Karte bisschen kleiner ist als Eil weiß ich nicht also es ist ein Eiland wenn das die ist ja es ist ein Eiland hartwäßig nicht was weißt du überhaupt nee ich glaube das könnte glaube ich ich weiß nicht ein bisschen größer sein ich war kurz drauf aber dachte mir oder täuscht das dachte mir so äh ich schneide wieder raus wenn ich den Sumpf da groß gesehen habe dachte ich nur äh überhaupt keine Lust auch so äh Sumpf Sumpf ist eklig dann dachte ich mir hä äh nee stimmt Stamina geht hier Stamina geht hier geht hier flöten naja bei diesem Sturm ja du kannst dann auch nicht rennen rennen ist dann auch nicht und deine Stamina ja geht auch nicht nach oben langweil diese Map da deswegen sollte man Wat? Wat? Nee ist die Map hat nix mit Wat zu tun na zu damit oh hier ist heiß man hä? ja und jetzt warm hu naja das ist ja auch keine Dingsbumshütte das ist ja nur Holzhütte das hat geblitzt das ist keine du weißt schon Lehmhütte ja es blitzt ja ne warum? aber zu ziehen als ob es hier irgendwie wäre hm läuft da draußen irgendwas? ja so ein Wassertank und Dach ah ja ok dann sind das seine Fußteile naja sonst hätte uns schon längst was angegriffen ich hab auf einmal ziemlich Durst hast du Hütze? nein Wärmung? drinne hatten wir gerade aber das geht ja ganz schön schnell runter ah vielleicht hab ich in die verkehrte Richtung gedreht eingestellt aber da steht ja immer nur Durst und Hunger vor Spielern ja was denn nun hoch dass er langsamer oder runter dass er langsamer oder keine Ahnung da steht ja nicht nie Höhe mhm und die niedriger ist es so wieso rennen wir jetzt hier lang? ich hab keine Ahnung ich wollte einfach nur gucken da ist die Knutschkugel ja das ist die da ist sie aber 35 hä bist du nicht in der falschen Richtung? warst du nicht da hinten gerade? oh es wandert es wandert wollte hier noch die wilden Dinos killen eigentlich das hab ich vergessen egal wird jetzt gemacht mach ich dann bitte? nein das mach ich jetzt nicht oh was denn? hast du was gesehen? guck mal da unten was ist da unten? ich guck grad nach einem Kühler man kühlt so ein Sammler lauter Beuteteile oh warte 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 wieso kann ich dich nicht hier parkieren? wo bist du? hier hinten wo ist hinten? hinter dir hinter mir ach du scheiße ach so so ein Wassertank oh mein Gott guck dir das an und dieses giftgrüne Känguru das hat eine komische Farbe bei mir ist es recht im Schatten warum hab ich ich hab doch Schatten eigentlich ja na 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 da sind so viele Kängurus da so wir gucken mal ob wir noch irgendwas Reitbares für die Kaddi finden wieso? ich hab eigentlich einen Jorba und einen Raptor hab ich einen Knüppel da? und ja Reitbares ich nehm Drachen du kannst ja Knutschkugel reiten eh? doch nein mehr bekommst du nicht ich kick dich gleich Permabann Permabann überall ey immer schön Öl absaugen ne? das machst du doch schon ich denke dann aber nicht hoch komm hier oh sexy Terabytes hm zwei Stück zwei Stück die sind auf unserer Seite die war sie in blau sogar zweimal ah keine Ahnung Kopfhördi ich weiß nicht was die Finder sind ich auch nicht ich knüppel sie hart ja dann die Schnauze oh nein ich hoffe mein Beutelfiegel stirbt nicht ne bleib weg ein Beutelfie beißt ey hallo ihr seid ein nämlichen Idioten ich bin hier die mögen dich irgendwie nicht irgendwie sind die ignorantenschweine Gott sei Dank ich merk schon hallo äh ich glaub es kommt wieder ein Sturm mein Vieh hat gewarnt ja was für ein Sturm du musst mich verarschen ich hab bis jetzt nicht gefragt es rennt weg was es rennt weg ich komm nicht hinterher aber das was weggerannt ist ist es äh 15 gewesen und das hier schnauze ihr seid so blöd oh das ist das andere Vieh ihr seid so doof ey ja komm her komm mal her warte 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 nein nicht das andere Vieh beißen nein du dumme Sau wieso hat denn der Vieh gewicht ich weiß es nicht ich hab's geschlagen hä der hat voll die mega Gewichtsanzeige ja der hat nicht mehr als du reingegangen bist ey nicht so nah ran oh ja stimmt da ist Vieh drauf sorry ja und wo ist das Fleisch im Raptor ja na scheiß drauf wir nimm das Fleisch jetzt mit hier ja mit eurem Drecksfleisch hier ihr kleinen Eier mein Vieh warnt wieder ja du darfst nicht so ran Jobber teilt dann aus ja ich hab vergessen dass ich was auf der Schulter hatte ach Gott wie kannst du einen Beutel vergessen du Noob ja ich hab ne Katze da hinten gesehen das erklärt ja schon alles der Name oder ich hab ne Katze da hinten gesehen ich hab ne Skorpion gesehen Skorpion ist auch nicht naja Skorpion hab ich auch gesehen alter dringet sich die Eide einfach vor na das muss schnell gehen hier ich geb dir gleich mal schnell warte mal ich hoffe Beutel ist jetzt passiv hätten wir eigentlich beim Skorpion ausprobieren wo ist denn die Sau das musst du warte mal der war doch gerade hier ich find's so lustig wieso sind die Deppe so schnell weg Skorpion war hier da hinten ist er naja dann mach mal Mieze Katze los greif Mieze Katze an hier Mieze Katze hat ein Baby geh doch mal drauf auf die Katze aufhör die hat drei Stück am Arsch guck es dir an ich steh alle auf mich herum ja das gibt Prime du killst jetzt die Babys was ich kill die Mutter du killst die Babys ach nö obwohl die rennen ja nicht weg ne ja genial doch nicht geschlagen warte ey du bist so brutal ey ich konnte die Babys guck mal hier gibt's Pfeile hier gibt's Bogen ja Prime pass doch mal auf du schlägst mich ach ja stimmt da war ja noch was so mir ist extrem heiß ist bei mir eine ganze Familie ausgelöscht ne 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 ist nicht extrem heiß da müsste noch ne Flamme oh da ist ein Wolf oh mein Gott so ist ein Knüppel die Hand breit und ne Katze ach es ist Hitze ja ja Wölfi aua meine Klamotten sind kaputt ich glaub das ist ein hohes Level ja what nein ich hab verfehlt was ist das denn Hilfe ich bin fast tot ich bin fast tot ich bin unterhalb der Hälfte alter da ist die Sterne der scheiß Korpion ich seh ich seh schon die Unterwelt mhm ich dachte schon die Unterwäsche ja deiner hab ich gesehen wirklich und wie fand das Resistenz muss man ein bisschen sollte ich mal gelegentlich waschen das geht auch gar nicht mehr mit dir Kali Kacknoob Kali Kali männlicher Wolf ach lass mich in Ruhe man Kali nein äh da willst du auch Nachkampf äh ja aber nicht so viel ich muss gucken ne man muss ich bin jetzt Nachkampf bei 160 ok ich guck mal was man hier noch knüppeln kann ich hab so viele Level ich weiß nicht wohin damit oh was wackelt da mit dem Schwanz Barsch ach hier hier bitte ich hab ich den Knüppeln ach noch ein Skorpion kommt her ihr löschen ja napotisiert ne willst du auch ich verteile auch Sterne dumme Sau du hast mich dackig gemacht warte mal Baby du dumme Sau Kali hat da hinten Spaß und lässt den Wolf hier einfach liegen du passt doch auf oh danke ich darf aufpassen kriegst du hin hier sie alle hier ich hab dich frisst irgendwas willst du ein dorniger Drache Level 75 aber die spawnen ja so oft naja können wir ruhig Level 75 Level 75 ist ja nicht high oder nein 150 ne kick jetzt die Sau los mach den Skorpion platt die hat die Leiche vorbei Tien oh oh der lebt ja noch den hab ich ja gar nicht gesehen Tien ich hab eher auf den Wolf da hinten geachtet der einfach gerade nicht möchte deswegen hab ich den Appetitzeller mit drauf gehauen aber dafür brauchen wir wie gesagt Blitz wo wir jetzt nicht rankommen ach herrjebe der Kumpel S irgendein was welches Vieh hat mich nackig gemacht du Spinnpul ich bin aber auch leicht nackig Leben Ausdauer Residenz ich sollte das nicht neben dem Wolf machen äh einmal noch Bewegungsgeschwindigkeit gewischt Leben 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 ist toll Leben ist mega man so ich geh mal weiter Luki Luki machen ähm Wölfchen frisst irgendwie nicht hm ja das dauert kenn ich Standard aber der Raptor war wesentlich schneller ja ist halt ein Raptor ah Hyäne was Hyäne haha eine kack Hyäne ja du bescheuert Knauze ich tu dir mal äh naja hab ich gerade auf Angriff gelitten oh bist du ein Baby ja gehörst du dazu Kustau warte mal alter holt man viel Fleisch hier raus glaube ich oh Wölfchen ist fertig äh du kriegst aber nicht so viel interessant so für die Kalli haben wir jetzt einen weißen Wolf höchst interessant warte mal Musik notieren Musik notieren ähm was sind die Braut jetzt schon wieder hin oh Gott ich hab Hunger äh Baby äh Baby die Fühle hat hier überhaupt nichts übernommen von Einstellungen ach darum kannst du dich kümmern Dreck bist du komm mal ähm was denn hier guck mal für dich Mann guck mal guck mal siehst du den Namen vom Wolf oh mein Gott komm doch mal da raus ja das ist für dich ne Mieze Katze äh mit 7 Tieren das hatte ich ja in 67 Folgen nicht ich hab ja erstmal drauf gehauen aber dachte mir oh eigentlich brauchst du ja nur E drücken ist das denn du hast ne Katze vermöbelt ja theoretisch wäre sie jetzt schon längst ausgewachsen auch mein Einzelspieler Dingsbums aber das macht der hier hinter dir kommt was hast du gib mir den was hab ich denn was bedeutet dieses X hier immer über die Viecher äh Tod Tod okay äh du siehst wenn fremde ach wenn wilde Viecher auf andere Viecher ein Dröschen dann entwickeln die langsam ein Kreuz das Kreuz wird dann gelb dann wird's orange und dann wird's rot und das ist tot und das ist weiß weiß ist glaube ich tot hast du das auf die in den Server gepackt weil ich kenn das nicht aus das ist Standard äh das hab ich im Einzelspieler Dingsbums gehabt äh und da hatte ich noch nicht mal ne Mod drauf warte mal äh nee warte mal hatte ich nicht ist ja gut Beute ne brrrr du du hast nen Tiger mein Gott oh Gott oh Gott ja gut das Ding nach Hause bringen ja kann man das nicht in die Arme nehmen leider nicht ist ja gut dieses pinke Vieh ist mein Highlight das steht hier aber noch nicht dass es irgendwelche Ziele angreift oder nein als jungkir hier greifen die nichts an die rennen eher weg wenn du was angreifst oder dich angreift dann sind der Wolf Juth ja nein ist ja gut ja gut der wird überleben also kriegt er hier Lager wichtige Dinge ach du Scheiße ich weiß nicht ob das so gut ist Öl Prime wichtig damit das nicht in mein Inventar abnuckelt ach wo warte mal ich hab noch Schattetin Beute ist ja gut man so Schattetin ach wer zähmt sich bloß so ein Dingspums was die Mieze Katze ist deine ist Level 60 ja lame man oh es kann rennen ja es kann rennen ein Beuter sagt sie möchte den Kühlschrank irgendwas müssen wir ja haben wenn wir dann losziehen ja wir dürfen aber nicht zu viel haben wir haben einen Wolf ja wir müssen gucken dass wir nicht solche Viecher haben die halt Nerven beim Suchen eines einer Stimmstelle wo ist denn jetzt das Baby Symbol ach da naja wir haben ein Raptor Level 110 gehabt jetzt haben wir einen Wolf 105 und eine Mieze Katze als als Nehmen im Spiel Nehmen ja aber da braucht man einen Sattel müssen wir mal gucken hier hoch nichts zum Reiten dass sie halt mit angreift putt 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 na bei dem musst du ein bisschen aufpassen ne ich weiß jetzt nix Zeit sag lass dich na los renn drei Folgen wie wir den Weg nach Hause gehen kenne ich irgendwo her aber damit sind bei mir die Viecher gestorben mir geht es schneller hier überleben auch die Männchen die männliche Quote geht endlich wieder höher da lege ich meine Hand ins Feuer als sei denn Elia stellt sich nämlich an mit dem Tier ja das könnte passieren durchaus ach echt mir ist heiß scheiße ich hab Hunger ich muss mit dem Kaktus hier reinziehen ich muss unbedingt mit dem Essen was tun das ist ja unnormal das hat noch nicht mal ein normaler Server so ein Hunger wieso drücke ich eigentlich die ganze Zeit ich kann doch gedrückt lassen ach besser ok weiter geht's Bibi es gibt keine Kibbel es gibt keine extra Beschäftigung es gibt kein Geknuddel und Spaziergang und kein Fernsehen vom Schlafengehen genau entscheiden sie sich jetzt mit dem Spaziergang weil nachher gibt es keine Spaziergänge mehr und keine Teletappis ja um Gottes Willen er kommt hin nicht hoch oh mein Gott wo rennt's hin oh mein Gott nee da ist es wässrig ich war's nicht du kannst auch die Reichweite dass er sehr nah dir hinterher gut let's test ich hatte mal Schwierigkeiten Reichweite einzustellen ich hatte sie nicht jetzt im Einzelspielermodus irgendwie war das mal so auch beim alten Dino Blanc willkommen im Örenhaus hier Dingsbums äh was Übertragungsreichweite anzeigen Änderung Übertragungsanreiche einzeigen ich weiß nicht was ich mit den Punkten machen soll ich bin so überfordert ich hab keine Ahnung wo war ich denn jetzt drin scheiße von na 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 ach ach dieses neue Zeugs hier ist echt gewartet ich krieg's hin verhalten folgeabstand niedrig hat's gefruchtet ich bin überfordert mit diesen na mal ist das hier wo häng ich denn hier fetzte komm hoch hallo ach karamba ja das hab ich auch immer gefeiert ich hab grad überlegt hab ich irgendwas falsch gemacht Serverabsturz oder was auch immer komm Katze sonst gehst du gleich Bahn am besten du gehst gleich Bahn komm jetzt bist du Mittel zum Zweck du bist zeug ich euch eigentlich ich hätte wohl lang gehen können du wirst ersetzbar was nichts hast du echt den Raptor Namen gegeben ja aber schon seit Folge 1 schon seitdem wir den gehabt haben echt ist mir nicht aufgefallen ist mir jetzt nur aufgefallen weil ich geguckt habe kannst halt nicht richtig gucken ne backen boah hast du nicht gesagt ey ich werd's hardcore schwer machen naja bei den Level wie jetzt warte mal haben wir gleich ausgelevelt sag mal äh ja geht nur leider bis 150 warte mal ne 155 sorry ich hab doch das Spiel gerade erst begonnen und die du magst ist leider 150 ich weiß nicht wie man das austricksen kann dass es mehr ist warte mal eigentlich hab ich's doch ausgetrickst ich hab glaube ich mehr reingeschrieben aber ob ich es vernommen hat hm wein ich nicht oh ein Wasserhintern zack du hast es gelöscht hatte ich überhaupt Toastegalen ein bisschen eklig ist es ja schon ne mhm was schön wir haben wenigstens jetzt Reittiere so schnell kann's gehen in zwei Folgen willkommen auf Nups komm rein Alter du kümmerst dich über die Kackatze hier was soll ich denn mit der Katze ne weiß ich nicht kümmere dich drum ich hab ein Beute schon das ist Qual genug hier jetzt so das ist Qual und Quederei warte mal der Raptor ist besser als Dingsbums ne ja da kommt der wichtige Scheiß na der Wolf kann eigentlich prallen warte mal wir können es ja aufteilen der Raptor kriegt das Wichtig mhm 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 wagen wir 600 didel 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 did hallo lass mich doch mal looky looky machen mhm kein Wölfchen das das ist Freude ich kann heute nicht mehr reden ne das passiert schon den ganzen Tag heute ist sehr interessant ja ähm greif dein Ziel an Verhalten auf neutral fertig alle auf neutral ist ne perfekt noch irgendwas was war denn das mit dem Fressen jetzt Erfahrung keine bewusstlosen Ziele angreifen Änderung hä dass er die Toten farmen ja das ist ne macht man dann greift dein Ziel an aber das können wir dann separat machen wenn man irgendwas sammelt und killt also wenn wir jetzt ne Base suchen wollen und wir wollen nicht immer alles fressen dann stellen wir ein Vieh ein hier die Katze zum Beispiel die Katze können wir wahrscheinlich noch nicht reiten wahrscheinlich brauchen wir Metall und ne Smiffy und bla und dann können wir die Katze einstellen auf greife mein Ziel an dann frisst die alles auf unser unsere du weißt schon Packesel aber ist doch ein hübsches Kätzchen oder es ist weiblich überlebt nein die Farbe man ja mach mal den Knüppel weg warte mal ich muss die Knüppel weg so aber ich muss dann hier nochmal rauf ne weißt du ja 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 na klar bist du dann noch beim Einstellen wahrscheinlich muss ich denn ist die Katze dann ausgewachsen aber er sagt solche Einstellungen kann man erst sehen machen tun wenn man so ein Ding hat er hätte es doch sagen können nein ich war die ganze Zeit auf dem Server und hab gebaut oder so du bist ne Doofmuss wieso bauen wir müssen ja zusammen uns ne Stelle suchen entweder gucken wir dass wir in der Nähe von Öl sind damit wir nicht immer zu den beschissenen Ölpumpen fliegen müssen ich glaub sie hört mich nicht was denn ich sag die ganze Zeit pssst ich hab Spaß dass du ruhig sein sollst ich lüge extra hier für dich so ich bin ehrlich naja ich mach noch ein paar Einstellungen ist klar das mach ich so das werd ich so tun und ich freu mich drauf wenn man fast durch hier da wird sind eigentlich so reicht es doch oder ich hab mich durchgelevelt aber ich wüsste ich irgendwas hat er nicht übernommen aber die Level gehen ganz schön schnell ne hab ich eingestellt dann denkst du ich möchte lange dafür brauchen zu leveln das nervt trotzdem bin ich überfordert das ist fraglich wir gucken wir gucken das halten wir uns noch auf wir wollen kannst du ja sagen was war eigentlich unser schickes Ziel was wir uns eigentlich vorgenommen haben die sagt mit so viel wieso ich wollte eigentlich sagen Unterhaltung biete ich diese Map war ja eines der wenigen die wir gar nicht oder kaum gespielt haben ich zumindest und wir hatten die Idee besser gesagt die Kali hat die Idee dass wir uns was schönes bauen und es gibt ja durch die Mod durch das CEC gibt es die Möglichkeit einen Zug zu bauen darauf hab ich nämlich auch richtig Bock ja wir wollten mit dem Zug sag was ich vorgeschlagen habe mal gucken ob wir das geschissen kriegen Drachenschlucht ja ja nee der Zug soll in die Base durchfahren so weißt du in die Base durchfahren reinfahren und ja an verschiedenen Orten halt auch hin wie Ressourcenorte nee warte mal dann spawnt ihr ja nicht mehr die Ressourcen oder ich stelle so ein dass die nahen den Ressourcen trotzdem spawnen wo man baut alles so eine Einstellungssache aber das werden wir erst dann rausfinden wenn die Schienen da bei den Ressourcenorten sind ob die Ressourcen spawnen ansonsten müsste ich da dann einstellen dass sie trotzdem spawnen auch wenn man direkt daneben baut die Erlaubnis warte mal dann haben wir aber auch Schwierigkeiten in unserer Base nee werden wir nicht haben ja irgendwie so an den Ressourcen vorbei vielleicht in der Drachenschlucht haha wieso auch immer äh hab ich gerade ein Schaden ich glaube ich werde den gleich ein Schaden zufügen willst du draus kommen oder sag ich dir zu machen ich bin draußen uh was ist das denn hübsches was für ein Level hat der weiß ich nicht 120 schlag es dir ich schlag nicht ich schlag nicht er rennt dein Jobber dein Jobber ja ja ich schlag nicht nicht lang nicht lang weg ich hab's dein Jobber macht neutral kacke weiß technik aber warum ist er jetzt da weil ich im neutral bist du doof hier rein und hol prime geprimtes ist was gepasst geprimtes prime meine Güte das geilen Zeug oh scheiße gegenüber ist glaube ich noch ein Raptor nee das ist para oh Gott ich hab nur den Kopf gesehen au ab mit den Jobber komm ran mit den Jobber komm ran komm ran komm her komm her komm her komm her komm her das ist ja passiv all dein Jobber ist scheiße das ist Beutel das ist Beutel 120 mein Gott los schieb rein die prime kacke die prime kacke mach nen Raptorsattel aber schieb das nicht in sein Inventar nee da hast du im Dingsbums hast du schon was reingelegt ja ist da drin sonst würde das 10 Teil nicht nein bei mir ist es nicht bei mir ist es nicht bei mir ist es schon wahrscheinlich weil ich es reingepackt habe aber weil du glaube ich den letzten Klatsch gemacht hast ja oh bitte Vieh rammel hier nicht rum sonst hau ich dir zu die Schnauze 120 Raptor wie ist die Effektivität äh hast du bestimmt verkackt durch Jobber ja er muss erst mal essen ich kann es nicht sehen na dann ist er ja durch da steht doch nein er muss erst mal was essen damit du die Effektivität ich fotografiere es dir ab ich glaube das wird angezeigt nein wir werden es nicht sehen er wird ein Happen essen und dann wir wissen jetzt nicht ob er 100% Effektivität da musst du mal scheiße du brauchst so lange das ist halt arg ich wollte ja das ist meine ganz vergessen du hast den 110er bescheuert das ist meine das ist männlich das ist männlich ist die andere auch männlich also ich bin schwer auf dem Ding los gib mir Punkte los kill den Wassertank da warte ich mach alles auf neutral Jobber macht mit nein ich hab auf passiv gefischt warte mal ich mach neutral neutral warte mal ist es warte mal ist es bewusstlos danke das war das Level danke es hat ein Baby aber mehr Viecher sollten wir nicht holen ah das ist so immer so ne Sache ah das ist so arg lastig der Umzug wird immer heftiger je mehr wir haben aber du wolltest den anderen Leveln jetzt ich wollte gucken ja jetzt geht's los mit dem Kampf der Dinos der braucht Fetten dir Wicht hier aber hübsche Farbe bleib doch mal stehen du Doofnuss was willst du oh wie ich gerne gerade schlagen wollte ist dir eigentlich aufgefallen dass wenn du in einer Horde Raptoren rennst und ein Vieh dich sieht oder mehrere ein Vieh mehrere egal dass das eine Vieh dann dieses dieses Raptorengeräusch macht was meinst du na brüllt nach Freunden so wie bei Dingsbums du weißt schon wie bei arg wollte ich schon sagen wie bei ich komm nicht drauf wie heißen die scheiß Filme ähm weiß nicht was du meinst oh Jurassic Dingsbums Jurassic Park World wie auch immer eben die machen denn bitte warte bitte was machen die denn das habe ich so mitgekriegt als ich dir rumgedüst bin so als Admin und ich guckt habe ja das ist eine Kommunikation zum Angreifen oder ja das haben sie aber glaube ich bei stand ja willkommen im neuen Arc ja das ist toll das ist toll versteht ihr alter nein der kriegt echt Sterne ich muss was tun ja der darf nicht Sterne kriegen ja und ich würde sagen damit meine Lieben werden wir hier ein Folgenpäussi machen wir haben jetzt einen wunderschönen Raptor den sich Kali eingegreit hat blöde Kuh und ja danke für's Zusehen ich creme in phönix Mann und bis zur nächsten Folge tschau tschau Bis zum nächsten Mal.